Und hier kommt der schöne Rapshonig aus der Altmark her. Jede Menge Bienenstöcke, faszinierend. Hört ihr das Summen? Das summt, ja. Mal schauen, ob wir die Einflugslöcher mal sehen. Ach, das sind ganz kleine Honigbienen, kleine Sorte. Videoüberwachung. Sehr lustig. Ich sehe gar kein Video. Oh, es riecht nach Raps.